Hey Leute, i bims GG Endersong. Ich habe eine Community-Aufgabe an euch. Wenn wir es schaffen, 1000 Abonnenten bis Weihnachten zu bekommen, muss ich eine krasse Challenge machen. Ich mache nämlich dann einen weiteren 24-Stunden-Stream. In dem Stream werde ich dann einen ganzen Tag ungespielt Videos anschauen. Werden wir es schaffen? Hashtag 1K bis Weihnachten. Die Zeit läuft. Moin oder wasser. Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute Among Us mit meiner Schwester. Sag mal hallo. Hallo. Let's go. Okay. So. Nein. Ich bin im Pasta, ohne Tepa hab ich grad so hops genommen. Oh nein. Oh nein. Ich hab seine Mädchen gekültet und er kommt einfach hinter mir raus. Oh nein. Oh Junge, der hat mich grad so hops genommen. Oh. Scheiße. Oh Jan. Komm, wort bitte Braun. Jan, alle haben schon nicht gewottelt. Disco Viral. Also nein. Äh, kann es sein, dass es auch blau ist? Wer die Tupen ist weiß. Okay. Okay. Den Task haben wir. Ich tue mal so als wäre ich nicht da und geh nochmal raus. Okay. Es ist entweder grün oder orange. Die Tür ist eingespelt. Die sind alleine da. Safe call eins von den beiden. Und... Ja, okay, ist orange. Orange. Jungs, so macht man im Fünferde Coup. In electrical. I waited, because there was two people, orange and green. And then he closed the room. No I waited. It's... Beautiful orange. Man, warum decken die... Ah, ich kann katzen. Oh bitte man, bitte. Skip doch nicht alle dumm. Hab ich doch gesagt, Orange. Warum skippen die? Einer! Einer hat gefehlt! Aber jetzt denken die alle, dass er ist. Junge, so spielt man. Elektrical durch. Pass auf dich von vorne, ich von vorne orange, ich von vorne orange. Sicher? Ja. Wenn ich noch die Nase bitte. Okay, Braun denkt aber, das ist orange. Coochies Joghurt. Orange guys. Kommt Jungs, schaffen wir. He was alone with lime. And I waited outside. Kill. And then he closed the door. Orange, yes. Orange, yes. Let's go. Coochie, du bist rausgecoochiet. Ich krieg schורger vor gerade sehe Da kriegst du enclosure. Und drove die Prätze aus ihm jeden Tag. Und deshalb dilem phase! Als spare ist es alles. Nur je sieANA brachen. Ist er mal ein bisschen verblödet oder bist du blöd? Oh Mann, Lilly. Well, we will see. Ich versuchte, rauszureden, Alter. Okay, und wir machen einen Counter. Zehn. Neun. Ah, fein. Pink auf dem Poster. Der war im Poster. Okay, er sagt, pink ist andere. Hatte nicht einfach den anderen... Ja, er war im Poster. Und sagst du mir, nein, sind alle Behinderten dumm, holy fuck. Was, ein Toxic-Spiel. Okay, pink ist wahrscheinlich der andere. Also, also, er hat pink gesnitcht. Er hat pink gesnitcht. Ja, aber ich glaube, er ist abgefuckt. Okay, ich gehe wieder raus. Ich mache wieder eine Füfe-Poco-Basis-Trick. Pink. Okay, mach links. Sorry, pink, but orange snitched you. Have anyone prove that pink is safe? Und... Okay, braun. Ich glaube... Nein, wenn ich tot bin, dann ist braun. Nein, nicht verfolgen, dann denkt er, du bist es. Ich glaube, es ist echt braun. Oh. Okay, ich glaube, es ist auch braun. Braun stand die ganze Zeit bei Ding. Es wollte eigentlich... Nee, nee, er hat gerade aus der Küche gerade reportet. Ja, okay. Und... Oh, was? Es ist rot. Ich habe es dir gesagt. Abhauen, abhauen. Abhauen, weg. Wenn er uns einmal tötet. Wenn er uns einmal tötet. Wenn er uns einmal tötet. Ja... Es geht nicht. Wohin jetzt klappt es. Okay. Rot. Es muss rot sein. Es bist du?! Okay, du bist tot. Warum schon wieder? Warum? Warum? Ich hab ihren gewonnen! Schnellste Runde Among Us ever, trotz ob ich verkackt hab. Ah, ich wurde rausgekickt. Ich wurde nochmal gekickt. Ich wurde wieder rausgekickt. Big Mac bann den direkt für zwei Wochen, Digga. Lilly, wir sind Imposter. Wir sind beide Imposter. Oh, Scheiße. Drei Leute haben wir wieder verlassen. Lilly, Lilly, Lilly. Jeder muss einen töten, dann easy. Du hast eingekickt. Wow! Gute Runde. Aber ich seh, ich muss am Kopf gucken. Nein! Was? Ich war wieder im Poster. Ich wollte grad gucken. Ich war im Poster. Ich hab dich grad vor drei Leuten getötet. Und damit will ich mal sagen. Das war's vom Video. Das war's vom Video. Nicht vergessen, Jungs. Lasst ein Abo da. Wenn wir 1.000 Abonnenten auf Weihnachten schaffen, mach ich diese coole Challenge. Deswegen lasst ein Abo da. Ihr kleinen Pisser. Und folgt mir auf Insta. Da werden manchmal viele Umfragen. Wie lange ich keinen Community-Tab hab. Und schaut mal im Discord vorbei. Da machen wir Reactions, etc. PP. Und da gibt's viele Community-Events. Wie zwischen Among Us zusammen zocken. Tschüss! Ah, und noch ganz kurz. Ähm. Zitat des Tages. Willst du scheißen ohne Kraft? Trinke reichlich Apfelsaft.